Ja, wir haben nur eine einzige Chance auf eine bessere Welt. Stichwort auch, egal ob Stichwort matriarchal, basisdemokratisch oder was auch immer, was gerade bei YouTube aufgetaucht war. Ja, wir haben nur diese eine Chance. Die Partei des Gemeinwohls ist unsere einzige Chance für die Menschheit. Und jetzt haben wir hier mal ein Überblicksbild neu, eine Kritzelei, aber die einiges vielleicht sagt. Sie hören ja jetzt gerade quasi als Teil der Mini-Online-Uni sozusagen von Weltrat und Next Scientists for Future. Man sieht hier, Weltrat der Weißen ist der größere Kreis. Darin gibt es den Arbeitskreis, den kleineren Arbeitskreis Next Scientists for Future. Weltrat bietet sowohl an, eben auch die Gesellschaftstherapie letztendlich durch Gemeinwohlwirtschaft als Oberbegriff für alle gemeinwohlorientierten Wirtschaftssysteme. Man könnte auch sagen, abgeleitet von der Anekdote im alten China, die Anekdote vom alten China, Gemeinwohlwirtschaft ist unsere einzige Chance. Die Marktwirtschaft ist die Ursache und die Planwirtschaft, die Pseudoplanwirtschaft und der Pseudokommunismus sind die Ursache allen Übels. Und alles kann ausgeheilt werden durch die Gemeinwohlwirtschaft, die uns auch wieder zurück uns die Erlaubnis geben wird, irgendwann wieder zu unserer natürlichen, matriarchalen Lebensweise zurückzufinden. Dann hier steht der Pfeiler, den gibt es natürlich auch noch im Weltrat, die Gesundheitsberatung und Ernährungsberatung und so weiter. Also all diese Dinge, da gibt es ja eigene Talkshows oder Sendungen, Radio Talkshows zu diesen Themen auch. Das sind die Unterabteilung Gesundheitstipps und Neues, auch im Forum, Weltratforum und so weiter zu finden. Da findet man alles Wichtige. Dann braucht man nicht auf die ganzen Scharlatane und Quacksalber des Internets hereinzufallen. Und dann gibt es eben auch die Individualtherapie, wo natürlich auch die Next Scientists for Future einen starken Schwerpunkt haben, nämlich mit der VIAT, der vorteilbringende Irrtümerabbau-Therapie bzw. wenn es sich um psychologische Beratung handelt, die vorteilbringende Irrtümerabbautechnik. Das ist das Einzige, was von der ganzen Psychotherapie, von dem, sagen wir mal, Psychogequatsche übrig geblieben ist. Eine ganz wesentliche und verändernde Weiterentwicklung der kognitiven Verhaltenstherapien. Denn vorteilbringende Irrtümer abzubauen, war bisher noch nie das Anliegen von irgendwie von Psychotherapeuten und so weiter. Aber genau das ist die einzige Chance. Denn das, was wir im Kopf haben, ist ja eine einzige Gehirnwäsche der vorteilbringenden Irrtümer. Da komme ich dann gleich zu. Ja, dann haben wir hier als die VIAT ist natürlich auch die Grundlage, also die Gesellschaftstherapie und die gemeinwohlwirtschaftlichen Prinzipien. Die finden wir dann natürlich auch im SC und PC, was wir ja die ganze Zeit auch machen, im SC-Staatscoaching. Da waren gute Telefonate mit Botschaftern und Botschaftsassistenten verschiedener Staaten. Leider führte das nie zu einem wirklichen umfangreichen Staatscoaching. Ja, die mangelnde Intelligenz der Menschheit ist also das Problem, was wir vielleicht nicht werden überwinden können. Weil je dümmer ein Mensch ist, desto überzeugter ist er, der hätte schon die richtigen Lösungen. Und das werden wir wohl kaum, eventuell kaum überwinden können. Und aber was wir sehr viel ja gemacht haben, ist PC, Parteiencoaching. Guck hatten wir auch überall angeboten, aber da treffen wir auch immer auf diese Dummheitsschranke der Menschheit. Da ist immer das Ende dann erreicht. Guck, Großunternehmenscoaching, denn auch unsere Unternehmen haben die gleichen Baufehler wie unsere Staaten. Auch die Großunternehmen stecken voll von Fehlanreizen und haben keine saubere Anreizstruktur, wo das Gute tun im Sinne des Gesamtunternehmens systematisch belohnt wird, sondern die haben auch lauter Tendenzen in den Unternehmen der Selbstschädigung und der wechselseitigen Schädigung im Rahmen des Unternehmens und so weiter. Und das ist denen auch dann, wie so immer, eben nicht bewusst. Und ja, aber die VIAD selbst, also die vorteilbringende Irrtümer-Abbau-Technik, die finden wir wieder in der Mehrgenerationen- bzw. Lebensgemeinschaften-Kommunensupervision. Ja, die könnten wir hier. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt alles drauf geht. Das ist sogar, da ist der Ausschnitt etwas zu klein. Ich kann mal probieren, ob ich es kleiner machen kann. Ja, das geht aber gar nicht. Es geht nur größer. Dann weiß ich demnächst, muss ich den Bildausschnitt vergrößern. Ja, das war jetzt doch etwas zu klein geraten. Auch unten, ja. Ne, ich muss mich schon an die Markierungen halten, die hier auf dem Bildschirm selbst drauf sind. Gut, können wir halt nicht ändern heute. Ja, und da haben wir also die Kommunensupervision mit dem TRIM-Team, wie gesagt, dass man jetzt hier nur teilweise sehen kann, die Annonce. Die superglückliche Kommune in Deutschland mit wissenschaftlicher Supervision. Hier unten steht noch 12 Schritte, Kliniken, Schenkerbewegung und ähnlichen, bis bald. Da, das hätte man sich auch sparen können. So, und dann haben wir eben als Teile der Supervision, der Kommunensupervision, die das Plenum, übrigens ist ja alles kostenlos, was Weltrat und Next Scientists for Future machen, alles ehrenamtlich kostenlos, weil es ja eine einzige Instanz von Wahrheit, unbestechlich und so weiter noch in der Welt geben musste. Und das gibt es, ist eben nur dieses Weltrat. Und da wir ja auch im Aufsichtsrat, im ethisch-moralischen Aufsichtsrat der Partei des Gemeinwohls sitzen, mit Herrn Diplom-Theologen Jürgen Wagner zusammen, gibt es diese drei Dinge. Eine, den Weltrat, die Next Scientists for Future, die Kommunensupervision und all die anderen Dinge hier. Und ja, die Themen im Plenum sind ja immer, erstes Hauptthema ist immer Konflikte im Raum, Mediation, also Konfliktschlichtung. Zweitens, Irrtümer, wo irre ich mich, wo irrst du dich, von wegen VIAT, Vorteilbringende Irrtümer-Abbaut-Technik. Und drittens, wie ist das Wohlfühlen, Blick auch auf die Wohlfühlstimme. Wohlfühlen, sind wir alle super glücklich oder stimmt was in der Kommune nicht, ne? So, dann geht es hier so weiter, ja, Partei des Gemeinwohls, PDG, googeln und dann, ja, die Wohlfühlstimme als Wahlstimme, Gesundheitsaufwand, Erwartungskurve, tatsächliche Gesundheitsaufwand. Und das sind so die technischen Dinge, die man braucht, um eben die Prinzipien der Anekdote vom alten China wirklich Gemeinwohlwirtschaft sozusagen wirklich auf Gesamtgesellschaften zu bringen. Und wie gesagt, hier liegt die Zerstörung von allem und hier liegt die Zerstörung von allem und die Lösungen liegen nur in diesem Bereich. Nur dort lohnt sich noch Diskussion. Ja, das ist die Diktatur der Sparten, in der wir alle leben. Und da gibt es ja auch die neuen Bilder, die kennen Sie vielleicht schon. Ja, das ist jetzt die gefährlichsten Sparten der Welt, sind ja die Sozialsparten, die Weltsozialsparten, die NGOs, die ich jeden Tag erlebe, wie sie sie als Sozialparasiten, die Menschen, wie sie spenden, erbetteln und moralisch erpressen und erschleichen. Und dabei quasi, man kann sagen, dafür sorgen, dass die Welt so schlecht bleibt, wie sie ist, damit sie weiterhin Spenden erschleichen können. Das sind also reine Sozialparasiten, diese ganzen Organisationen. Und die Nahrungssparten, Gesundheitssparten, Waffensparten, Alkoholsparten, Tabaksparten, Zuckersparten, Behördensparten. Arbeitsamt ist ja eine schreckliche Sparte, Wohnungsamt muss ausgebaut werden und muss als einziges richtig gemacht werden, wegen des Rechtes auf Wohnung und der Pflicht auf Wohnung. Die Mediensparten, also Politiksparten, Journalistensparten, Richter, Polizei, Staatsanwaltschafts- und Rechtsanwaltsparten und so weiter. In der Mitte gibt es einen kleinen Teil an spartenfreien Menschen, die sind also nur Opfer und alle anderen sind Opfer und Täter in diesem Spiel zugleich. Deswegen brauchen wir ja die Gemeinwohlwirtschaft, damit niemand mehr Opfer und Täter zugleich ist, sondern wir alle, alle, niemand mehr Opfer wird. Und niemand mehr Täter sein muss, denn dieses jetzige System zwingt uns dazu, Täter zu sein. Hier sieht man es nochmal, kann man es nochmal ein bisschen, kann man es hier tatsächlich besser lesen. Journalisten, Richter, Polizei, Staatsanwalt, Rechtsanwalt kann man nochmal ein bisschen besser lesen. Ja, das, so und jetzt müssen wir dieses Bild der Sparten, ja, das gehen wir jetzt, jetzt haben wir hier, das müssen wir quasi im Geiste die Spartenbilder hier hinrücken, weil das hier nicht nochmal alles ausgefüllt ist. Und, oh, das ist ja auch wieder, da ist der Ausschnitt zu klein, hier ist also geführt die orangen Linie weiter, hier die blaue Linie und hier nochmal die orangen Linie weiter. Ja, also leider zu klein geraten, da hätte ich auch mehr aufpassen müssen, also wir müssen schon das etwas größer machen, als es gedacht war. Ja, so und jetzt aber sehen wir, diese Sparten, die Diktatur der Sparten, die dünsten etwas aus, die dünsten hier die vorteilbringenden Irrtümer aus und Geldscheine. Das soll Euro bedeuten, Geld, ne? Also Geldscheine dünsten die aus und ihre vorteilbringenden Irrtümer in ihrer eigenen Sparten, die sie bewusst für Wahrheit halten, die aber eben alles zerstören. Es handelt sich in Wirklichkeit um vorteilbringende, karrierefördernde Irrtümer, ja, zum Beispiel die Tendenz, uns bestimmte politische Konzepte wie den Mindestlohn und die gewerkschaftlichen Tariflöhne und so weiter als Konzepte in die Gehirne zu schleusen, hier über die vorteilbringenden Irrtümer in die Welt der Politiker hinein, in die Welt der Spielfilmmacher, in die Welt der Journalistengehirne hinein, sozusagen die ganzen vorteilbringenden Irrtümer und hier stets nochmal Geld und so weiter. Ja, und so werden wir alle infiziert von den vorteilbringenden Irrtümern und natürlich ist es oft so, dass nicht direkt über die Geldscheine und die vorteilbringenden Irrtümer jetzt dann direkt in die Gehirne der Journalisten gehämmert werden und rein im Sinne von Killerviren des Geistes oder parasitären Memen hineindiffundieren überall, sondern dass eben die Evolution verläuft eher schon so, dass Journalisten, die von vornherein die vorteilbringenden Irrtümer der verschiedenen Sparten, der besonders der Werbekundensparten, die besonders viel Geld bringen für Journalisten, von vornherein im Kopf haben, die machen einfach die größeren Karrieren, weil sie sich jedenfalls niemals kritisch zu den Werbekunden äußern, was eine sehr gute Voraussetzung für große Karrieren in der Journalistenwelt ist. Ja, und aber auch die Spielfilme kriegen ja auch die Gelder über die Product Placements und so entwickelt sich überall, entwickelt sich ein Denken, das geprägt ist. Auch in der Politik macht man natürlich die größte Karriere, wenn man von vornherein schon die vorteilbringenden Irrtümer der Sparten schon in sich hat und schon als junger Mensch aufgesaugt hat und aufgenommen hat, dann macht man natürlich in den Parteien auch die größten Karrieren und so weiter. Und so haben wir, so sieht die Gesamtdiktatur der Sparten aus, ja, und dagegen haben wir keine Chancen. Da gibt es nur die Gemeinwohlwirtschaft und jetzt gucke ich mal, waren das die Bilder? Ja, ich glaube, das war das, was ich heute zeigen wollte. Leider der Rahmen ein bisschen zu klein geraten. Und ja, und jetzt gucken wir uns nochmal an, gehen wir doch nochmal hier hin. Da haben wir jetzt hier irgendwo, wo ist es denn, Freie, da haben wir doch irgendwie, ja, hier haben wir die Partei des Gemeinwohls. Und da ist unsere einzige Chance, hier haben wir nochmal, hier kann ich nochmal gerade zeigen, ja, heute Abend auch wieder, hier finden Sie ja immer, heute Abend ist eine Talkshow, dann ist hier am Donnerstag Talkshow, dann hier heute Abend unser Samstag, unsere jeweilige Viertel nach Acht Talkshow, nachdem die Bild-Zeitung ja so schöne Talkshows Viertel nach Acht bringt, haben wir bei uns aber reiner Zufall, wir hatten da vorher schon auf Viertel nach Acht umgeschaltet. Ja, da können Sie also alle dran teilnehmen, an den Talkshows, können sich melden, dann Programm-Ideen. Ja, ich gehe nochmal aufs Grundprogramm zurück, bei der Partei des Gemeinwohls. Ja, und ja, das ist unsere einzige Chance, da ist ja jetzt neu auch drin, die 150 Euro Rentenerhöhung, stattdessen dafür dann eben nur noch 600 Euro netto zusätzlich im Geldbeutel aller Arbeitenden, weil man die Rentner ja nicht vergessen wollte und circa 150 Euro Rentenerhöhung durch Gemeinwohlwirtschaft GWW. Und ja, dann diese weltberühmten Dinge, kann man hier anklicken, Gemeinwohlökonomie, Christian Fellmann, naja, nie wieder. Ja, nie wieder, das sollten Sie sorgfältig lesen. Nie mehr wollen Sie, dass Wissenschaftler und Behandler neue Krankheiten erfinden, um Karriere zu machen und an Ihr Geld heranzukommen. Das geht aber nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Nie mehr wollen Sie, dass die Pharma- und Medizinindustrie Deutschland und die Welt regieren und das Recht auf körperliche Unversehrtheit außer Kraft setzen, um Sie zum Kauf Ihrer Produkte und Dienstleistungen zu zwingen. Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Nie mehr wollen Sie, dass das System Ihr Wohlfühlen und Lebensglück zerstört, damit Sie süchtig werden nach Kaufen, Shoppen, Konsumieren, Alkohol, Tabak, Süßigkeiten, Medikamenten und so weiter. Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Nie mehr wollen Sie vergiftet werden durch Gammelfleisch, Pestizide, Salmonellen und die unzähligen anderen Lebensmittelskandale. Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Nie mehr wollen Sie zu Medikamenten, Operationen, Chemotherapien, Kaiserschnitt, Igelleistungen und so weiter überredet werden, nur weil der Arzt bzw. das Krankenhaus das Geld braucht. Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Nie mehr wollen Sie, dass Politiker durch Kungelei, Mauschelei, Korruption, Politik für Konzerne und Lobbyisten gegen die Wählenden und damit gegen Sie machen. Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Nie mehr wollen Sie, dass Waffenhändler die Politik zu Kriegen motivieren. Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Nie mehr wollen Sie, dass Richter, Staatsanwälte, Polizisten, Rechtsanwälte, Täterschutz vor Opferschutz praktizieren. Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Nie mehr wollen Sie, dass Journalisten und Medien nur die Sichtweise der Konzerne bzw. großen Werbekunden bringen. Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Nie mehr wollen Sie, dass die Sozialsparten die Politik zu Maßnahmen veranlassen, die das Heer der 6 Millionen Hartz-IV-Empfänger immer mehr anwachsen lassen, was die Karrieremöglichkeiten innerhalb der Sozialsparten ins Uferlose wachsen lässt. Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Nie mehr wollen Sie, dass die Medien Ihnen alle neuen Parteien, Programme, neue Lösungsmodelle für unsere Probleme systematisch und aktiv verschweigen bzw. vorenthalten. Das geht nur mit Gemeinwohlwirtschaft. Fortsetzung folgt. Naja, da haben wir auch nochmal die Diktatur der Sparten. Ja, also. Ja, tschüssi. Bis bald. Die Flyer. Die gibt es auch bei mir immer. Abzuholen, dann holen sich öfters Leute. Und ja, also hier ist, hier finden Sie alles, auch zum Thema Matriarchat und so weiter. Und ja, das ist unsere einzige Chance für die Menschheit, diese Partei des Gemeinwohls. Und zusammen mit Weltrat und Next Scientists for Future. Tschüssi. Bis bald.